Setz dich! Ist dir bequem? Ich mach dir Tee! Trink den Tee, der ist gut! Peppa, ich frag mich, was Mama heute Leckeres kaufen wird! Kinder! Mama ist da! Lass uns nachschauen, was in den Taschen ist! So viel Interessantes und Leckeres! Kinder! Kinder! Lass uns die Taschen gemeinsam in der Küche auspacken! Komm! Schneller, Peppa, schneller! Paprika! Und Auberginen! Das ist Gemüse! Das kommt in den Kühlschrank! Mama, sind Pilze auch Gemüse? Haha, nein, George! Pilze sind Pilze! Die legen wir auch in den Kühlschrank! Pfeffer, das ist die leckerste Tasche hier! Hier sind Süßigkeiten! Kinder, ihr habt schon die Süßigkeiten gefunden! Legt die Törtchen auf einen Teller und die Früchte in eine Schale! Ein Erdbeer-Törtchen! Ein Erdbeer-Törtchen! Ui! Hehehehe! Und ein Schokoladenes! Sausia! Pfff! Mama, was ist das für eine Dose? Das ist Kaffee! Mhhhhhh! Mhhh! Riecht lecker! Mhhhh! Pfff! 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 Die sind hart und schmecken gar nicht. Mh, ah, das sind ja schöne Bohnen. Schorsch, dir haben die nicht gefallen, oder? Mama, wie isst man Kaffee? Kaffee isst man nicht. Ihn kocht man und trinkt. Oh, ah, man kocht ihn. Peppa, bring mal deine Teekanne. Nicht so schnell, Kinder. Ah, da ist ja auch schon Papa. Hier, so, noch ein bisschen, noch, so, so, stopp. Papa, Papa, was ist in dem Auto? Darf ich schauen? Komm, komm rein, Peppa. Ich schubf's nicht, Schorsch. Oh, Papa, was ist das? Mama hat eine Kaffeemaschine bestellt. Oh, eine Kaffeemaschine. Darf ich aufmachen? Nein, ich, ich, ich. Ach, der Geruch. Ah, so viele Knöpfe. Mama, wie funktioniert die? Man muss die Bedienungsanleitung lesen. Schatz, das ist auch so klar genug. Hier kommt das Wasser rein. Hier kommen die Kaffeebohnen rein. Was für ein Kaffeebohnen? Was für ein Kaffeebohnen wollt ihr denn? Einen Cappuccino? Einen Latte? Oder ein Macchiato? Oh, der Kaffeebohnen kann verschieden sein? Natürlich. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Rezepte. Schorsch, drück auf den Knopf. Oh, wie toll. Darf ich probieren? Warte, Schorsch. Für ein Macchiato braucht man noch Milchschaum. Die Tasse kommt unter den Cappuccino. Und jetzt den Knopf drücken. Jetzt mischen. Du darfst den Milchschaum probieren, Schorsch. Oh, was für ein Schaum. So was habe ich noch nie probiert. Mama, kann ich ein Cappuccino für Papa machen? Mama, braucht man für ein Cappuccino auch Milch? Ja, natürlich, Peppa. In den Cappuccino kommt zuerst die Milchschaum. Jetzt den Milchschaum. Ich habe auch einen Kaffee mit Schaum. Schatz, ich habe herausgefunden, wie man die Maschine anschaltet. Schatz, wir haben mit den Kindern bereits Kaffee gemacht. Ich trinke Milchschaum. Schatz, das war eine gute Idee, eine Kaffeemaschine zu kaufen. Mh, der Milchschaum schmeckt lecker. Mh, der Milchschaum schmeckt lecker. Mh, der Milchschaum schmeckt lecker. Was? Schwimmen? Schorsch! Schorsch! Steh auf! Schorsch! Steh auf! Peppa! Was ist denn los? Steh auf! Mama meinte, wir gehen schwimmen! Schwimmen? Hurra! Aber draußen liegt Schnee! Kinder, seid ihr aufgestanden? Ich warte im Auto! Schatz, ich habe die Handtücher mitgenommen! Kinder, seid ihr denn soweit? Papa, ich nehme den Schwimmreifen! Und ich nehme den Flamingo! Allesamt anschnallen! Los geht's! Peppa! Schau mal, das ist doch ein Hallenbad! Sausia! Schorsch, lass uns rutschen gehen! Bereit? Peppa? Eins, zwei, drei! Los! Schatz, ich lege mich hier in die Sonne! Schatz, ich gehe so lange ins Spa! Papa, schau mal, ich bin ein Seemann! Und ich habe einen Flamingo! Schorsch, lass uns zu dem Spahn schwimmen! Komm, lass uns auf ihm fahren! Hm, Sausia! Schorsch, lass uns Verstecken spielen! Okay, aber du zählst als Erste! Okay! Eins, zwei, drei, vier... Hm, ich verstecke mich hinterm Sessel! Das finde ich sicher nicht! Zehn, ich komme! Wahrscheinlich ist er hinterm Herd! Hm... Ich glaube, ich weiß, wo er ist! Gefunden! Sie hast du mich gefunden! Jetzt bist du an der Reihe! Schorsch, fang an zu zählen! Eins, zwei, drei, vier... Hm, ich verstecke mich im Schrank! Zehn, ich komme! Wahrscheinlich hat sie sich auch hinterm Sessel versteckt! Nö Sie ist sicher hinterm Kühlschrank Nö Papa, ich geb's auf Komm raus Ha, nicht gefunden Nicht gefunden Komm, versteck mich besser Ich geh zählen Eins Zwei Jetzt werde ich mich gut verstecken Psst, Sausia Wo kann ich mich am besten verstecken? Und am Bett Boah, Sausia Klassi Oh, eng, ganz schön eng Zehn, ich komme George Hm, vielleicht ist er hier Hm, hier ist er nicht Sausia, hast du George gesehen? Nein Nein Ich verrate Freundin nicht Ah, ich hab's doch gewusst George, du hast doch keine Ahnung, wie man sich verstecken muss Gefunden Na, komm raus Papa, ich glaube, ich stecke es fest George, ich helfe dir Au, zieh mich so Ach, das tut weh Wir müssen schleunigst nach Hilfe rufen Hallo Wir brauchen dringend deine Hilfe Hallo, Peppa Hab dich verstanden Wir kommen Marsha, wir werden gebraucht Komm mit Ah, holt mich hier raus George, George, Hilfe kommt schon geeilt Peppa, was ist passiert? Wir haben verstecken gespielt und George ist stecken geblieben Aha, alles klar Marsha, du hebst das Bett und ich zieh ihn raus Los, zieh Oh, Schorsch, du hast mich so erschrocken Kinder, auch wenn ihr zu Hause spielt, müsst ihr immer schön vorsichtig sein Okay, machen wir Danke euch RGL BRRRR BRRR-BRRRR About D R erstmalig one R BRRRR BRRRR BRRRRR BRRRR BRRRR